Jetzt an. Jupp. Hört man uns auch? What is? Guck. Zum Beispiel. Oh. Ging diesmal schneller. Guck. 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 muss ich auch gleich nochmal den Chat öffnen. Checkt mal den Link in die Klassengruppe. Ich mag den. Und so, es beginnt. First Blood. Der Androxys. Oh, ne Fiktor. Ich mag die mit nicht. Der Androxys. 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 Guck, ist doch wie Paladins. Er ist doch wie Overwatch. Der Androxys. 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 Ich entschuldige mich dafür, ich bin keine Russe. Pass. 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 Vor allem dieses kleine Pferd schafft einfach mich, Dickie. Wir haben vier, drei Zuschauer. Wenn die auch alleine gegen alle machen, dann kämpfen wir uns. Wir haben vier, drei Zuschauer. Wir haben vier, drei Zuschauer. Ja, wick, wick. Ich stehe 7 zu 5, das ist nicht gerade gut. Ja, wick, 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 wick. Hast du das gesehen? Ich habe irgendwen getroffen. Was soll ich skillen? Hi, Lukas. Willst du mitspielen? Deswegen hat er mich auch auf Skype angeschrieben, die kleine Schlingel. Ja, warte, äh, ich lade dich in die Kopfhörer ein nach der Runde, okay? Komm, nee, du erscheinst, bitte. Oh, schade. Du bist ja noch gar nicht auf PC an. Was war gerade mit meiner Stimme los? Hast du überhaupt noch dein, äh, deine Trinke? Warst du gestern noch länger wach als ich? Ach so, wir haben doch gar nicht eingenommen. Ja, wegen mir, wegen mir, wegen mir, Lukas, hast du's gesehen? Wegen uns gewinnen wie immer. Och, war klar, dass die Milch wieder das Beste war. Aber die Milch ist ja auch nicht schlecht. So, die Chips willst du? Jetzt schon am frühen Morgen? Und vor allem du. Guck mal. Lukas, soll ich dich hinzufügen? Mathis? Chips? Dein Ernst? Milf. Entweder die, die Milf? Den grünen hier? Oder den. Warte mal, ich gehe jetzt nur zwischen den beiden. Okay? Ähm, Kopf oder Zahl? Beric? Zahl? Dennis Milf? Okay. 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 Ja. Zahl war Beric und Kopf war Milf. Ich hole mir Beric. Aber jetzt gibt's noch einen spannenden Kampf zwischen Beric und Grog. Was ist Grog? Was ist Grog? Ich hole mir Beric. Ich hole mir Beric. Es ist aber auch ein Tank. Ich will zweimal hintereinander für ihn. Aber hier habe ich noch keine Waffe freigeschaltet. Aber bei ihm ja. Den hier. Otto, soll ich dich hinzufügen? Nein. Ich bin Beste. Guten Tag. Ey, hast du das, ähm, hast du vielleicht den Screenshot gesehen, den ich gemacht hab? Hör aus. 46,12. Take this. Alter, übertreff das mal. Und nein, ich hab nicht alle weggekämt. Aber alle abgestaubt. Nein, ich hab auch nicht alle abgestaubt. Bist du schon an? Ich komm grad an. Du spielst mir mit Bomb King. Als nächstes hol ich mir Beric oder Grog. Ich hol mir als nächstes Milf. Oh, Milf holst du dir? Ich hol mir Milf. Ausschlag? Hab ich da noch frei. Ach nee, warte, ich hol mir da nicht Milf. Ich hol mir... Mh, Inara. Inara. Willst du dir wirklich die komische fortzuholen? Ähm, ja. Was macht da jetzt eigentlich den Unterschied? Guck dir mal den Helm an. Und bei dem Helm? Voll der Unterschied. Ich bin grad noch nicht in deinem Stream drin. Ah. Ah. Also ich bin in deinem Stream drin, aber ich guck jetzt. Ja, ein Freund sitzt neben mir. Deswegen hab ich grad geredet. Hype. Ich schau dir ein Freund neben dir. Weil er bei mir gepennt hat. Oh. Oh. Siehst du das grad im Stream? Oh. Ne. Victor. Nein. Ich hab noch keinen Hunger. Oh. Oh. Mh. Ich geh nicht zur Kirche. Ich bin online. Was ist? Nicht den? Weil ich die an und ausmach. Ich hab in der Runde, wo ich 46 zu 12 stand, hab ich einfach nur 200 Tores oder Coins gekriegt. Läuft bei dir. Ja, ich weiß. Ich hab ja schon alle Quests erledigt. Ja, ich muss auch 5 PvE-Spiele machen. Naja, das hab ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, warum man die 5 PvE-Spiele macht. Ich hab grad ausgesehen auf Abrechung gedrückt. Kannst du mal reinmachen? Ja. Ich hab ja schon mal auf. Ich hab ja schon mal auf. Ich hab ja schon mal auf. Was ist denn mit Maven oder mit einer? Und mit einer? Ich hab ja schon mal auf. Ich hab ja schon mal auf. Ich hab ja Drogos fast auf 10. Ja. Wenn ich alle Charaktere zusammenzähle, hab ich auch schon über 11. Nein, nein, ich meine vom Level her. Ja, Level. Da hab ich insgesamt auch über Level 10. Naja, aber mein einer Charakter ist schon, was du bei Level 10. Als ob. Wir essen gleich Frühstück. Was ist das denn? Oder Rukus. Welchen soll ich nehmen? Mir egal. Mag das? Den? Ja, mach, wenn du willst. Ey, ich hab jetzt oben und unten nicht mit diesem schwarze, ich spiel jetzt auf Maximum. Geil. Geil. Hm. Oh, nee, nicht Kinesa und Maeve zusammen. Und Sky. Wo? Oh, no. Das hängt. Auch nö. Victor oder noch so. Kinesa, Maeve und Sky, Victor. Schauen wir nicht. Und dann guckt man das Level von Maeve an. Ey, ähm, gleich kommt ja vielleicht noch ein Freund von mir in die, also wäre das okay für dich, wenn sie dann mitspielen würde. The battle is about to begin. Ey Butter, komm doch wieder hierhin, wo wir sonst mal hingehen! Die Schildkröte kommt! Die Schildkröte ist bei uns! Die Schildkröte ist bei uns! den kriegst du doch hab ich ja wir sind zwei Zuschauer Maeve hab ich ich Lukas guckst du auch noch stream wie bitte guckst du den stream auch grad noch was soll ich machen siehst du den stream auch grad noch mein Problem ist du warst grad bei mir abgehakt den 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 macht die m r das k die kommst du gleich wieder Ja, ich lass den Stream auch laufen. Tschüss. Ja, ich lass den Stream. Ja, ich lass den Stream. Ja, ich lass den Stream. Okay, now I'm going to punch my heart. You will make it my chest. Peace. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 No, hi, sir. 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 um auch mal die erschwerten hat es Vielen Dank. Vielen Dank. Yo, was gibt ihr mir für ein Kombo? Warum mir? Wir haben gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ich habe 2000 ESL mit der King. Oh, ich habe Puffy, Puffy, Puffy. Puffy, 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 Puffy. Puffy, Puffy, Puffy. Puffy und Puffy. Bitte spiele einige Zeit auf dem Reni MC um dieses System. Ich habe keine Lust mehr auf Minecraft. Doch. Doch. Ich gehe auf, ne? Warum? Weil ich PS4 spielen. Ich gehe auf, ne? Ich gehe auf, ne? Ich gehe auf. Ich gehe auf, ne? Untertitelung des ZDF, 2020